In der ausverkauften Alabama-Halle warten Sie jetzt alle ganz ungeduldig auf das Live-Konzert. Und zwar von einer der erfolgreichsten jungen amerikanischen Bands aus Chicago. Hier sind Smashing Pumpkins! Ja, Sie können jetzt stoppen, die Cups zu schießen. Die Schalte ist vorbei. Stopp'n Sie, Thro'n Sie, Cupp'n. Danke. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF.